Dann kriegst du die von der Entfernung auf jeden Fall. So, es wurde der Gegner anvisiert und wird zuerst angegriffen. Ah, okay, jetzt kann ich mit ihr die Fähigkeit nehmen und ihn verteidigen. Schild wird an der Außenseite der LP-Leiste angezeigt. Ah, okay, das ist dann schon das. Ausdehnung, ja. Ja, leider die Figur Schaden wird die Schildmenge zuerst verbraucht. Nun greift er eigentlich sichständig selbstständig an. Let's make it quick. Ich kann es auch nicht probieren. Ich kann es auch gerne sehen. Ich bin meine Nacht für den Schlag. Ich bin das. Ich bin das. Ich bin das. Ich bin der Schlag. Ich bin das. Ich bin das. Ich bin das. Ich bin das. Ich bin der Schlag. Oh, Mann. Der haut aber ganz schön raus, ey. Ah, ich depp mir. Wir haben doch auch die Ultimates, Mann. Gletscherkaskade. Ich muss zugeben, ich find's ein bisschen blöd, dass die Ultimates da drüben sind. Sternenstaubas. Das ist eine starke Figur, die dem Pfarrer Zerstörung folgt. Der Ultimate von Cezos bietet zwei mächtige Angriffe, den Einzelmodus und den Mehrfachzielmodus. Achso. Ich find's fast ein bisschen deplatziert, dass es auf der anderen Seite ist. Kann ich eigentlich springen? Ich kann nicht mal springen. Sternenanker. Vollständig wiederherstellen, ist ja automatisch. Okay. Da komm ich nicht hinter. Da auch nicht. Wahrscheinlich kann ich da irgendwann mal hinter. Still notschädig. Still notschädig. Oh, sparkly. Ah, ich wusste es. Ist der, ist der Eis kaput? Aber es war nicht ich. Die Legion des Antimattern muss es verraten. Schade, Donhung ist nicht hier. Er ist wie eine Encyclopädie. Er weiß ein montón von komplizierten Sachen. Vielleicht sogar eine Erlevene. Ich weiß nicht, dass das eine. Oh. Woa! Warum bist du hier? Und wie hast du hier vor uns gekommen? Ich habe eine andere Route in den oberen Level. Und habe gesehen, dass du von dort oben gesehen hast. Arlan ist in der Kontrollruppe. Er wurde verletzt. Aber nicht fatal. Du hast ihn gefunden. Wird er wissen, was zu tun mit diesem Elevator tun? Ich glaube, als Head des Sicherheitsdepartements sollte er wissen. Dann gehen wir mit ihm reden. Donhung. Vier Sterne. Teaminformation verfügbar. Füge eine Figur hinzu. Zack. Zack. Und zufüge. Ist hier eigentlich dann auch ein Vier Sterne? Und behalte ich die? Oh ja, dann geh mal da rein. Ich will den Hänger aus. Hochstufen aus. Ah, okay. Ich muss das Material auswählen. 12. Ah, da steht auch, ich habe genau eins. Generell ich die Credits 100. Ist das bei mir? Hochstufen? Fuck. Vom Style her, schaut's schon cool aus. Ah, jetzt komme ich dahinter. Und... Neue Funktion über Technik. Äh, die Beerkundung hilfreich sein. Und... ... 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 Ey, ist schon ganz cool. Wobei natürlich Genshin da ist, durch sowas dann doodomischer wirkt. Wir liegen in des Protagonisten. Ja, wir sind von der Astral Express. Oh, hat Frau Herta zu senden Sie zu helfen? Es ist nur ein Coincidens. Wir kamen zu deliveren die Rere Relik Herta, die uns zu finden. Aber wir haben nicht erwartet, während der Invasion zu kommen. Warum ist die Anti-Matter-Legion bei euch? Es scheint, dass sie einfach nur die surface des Planeten und kamen direkt zu der Space Station. Ich habe keine Ahnung. Die Legion kamen an einem sehr suspensiv Moment, fast nachdem die Sicherheitssysteme suddenly failed. Lady... Lead Researcher Asta immediately began to organize the evacuation. I was supposed to cover everyone as they evacuated, but... I didn't expect to end up failing in this task. Don't be too hard on yourself. Your leg and dominant hand were injured. It was a wise decision to hide here and avoid a head-on encounter with the Legion. Yeah, most of the staff have been evacuated safely. So right now, our highest priority is to return to the Master Control Zone and plan a counterattack. So, do you know how to use the elevator? I couldn't start it. After the evacuation was complete, the elevators were all shut down to keep the Legion away from the Master Control Zone. Since Lady Asta sent you to look for me, I assume she must have given you the encryption key for accessing the elevator system? Oh, right. She did give me some sort of card. March. But, where did I put it? You. Ah, here it is! Ah. Now that we've found the key, we should get going. We can use that console over there to unlock the elevator. What's this for a drive? Hold on! I only activated the elevator on the highest floor. We'll have to go there to use it. Okay. Sorry. The space station was entrusted to Lady Asta by Madam Hurta. I must do this for the safety of the Master Control Zone and the staff there, so I'll have to trouble you to take a bit of a detour. Sincerest apologies. Huh? You're not coming with us? My leg is injured. I'd only slow you down. I'll stay here and shut down the elevator once you've made it to the Master Control Zone. You won't slow us down. And you should be able to shut down the elevator from the Master Control Zone, right? Agreed. He and I made it here safely and now we've also got Don hung. We're more than enough to protect you. Let us worry about the Anti-Matter Legion. You just follow us and keep yourself alive. Thank you. We'll see more about it. We'll have Eisschaden um 3,2%. Okay. Wie shows with the other ones? Spuren. We'll have Angriff um 4%. Also an Skill Baum halt. Oh, der braucht was anders. Erloschener Kern. Kann ich da auch im Prinzip gleich das 2. auswählen, wenn ich will? Die maximale Stufe. Hula, da brauche ich schon 16.000 Credits und einen Haufen anderen Käse Okay Ah, da ist wieder so ein Heilungsding Kann ich auch so zielen? Ah, jetzt auch Es ist zu leid, zu repenzen Ne, warte mal Äh, Kuh Die hätten eher, finde ich persönlich, eher Kuh nehmen sollen als Dingangriff und eh als normalen Weil es fühlt sich irgendwie falsch an, links zu drücken, statt rechts Keine Berechtigung Keine Berechtigung Ah, okay, ich habe ihn vorher erwischt Der muss mich also erst sehen Ne, wobei Machen wir auf den So, das darf her Ausdehnung Und zack Oh ja, warte, wir haben noch Ne, 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 ne Ätrischer Traum Nein, nicht auf ihm Cooler Style auf jeden Fall Das ist auch cool Mit den verschiedenen Elementen und allem Wobei ich gerne Ich meine, wir haben ja noch nicht genug Charaktere Ich hätte auch gerne, dass man zwischen den Charakteren dann wechseln kann Im Kampf So was gehört für mich zum, zu so einem Spiel immer dazu So einem rundenbasierten Spiel immer dazu Dass du auch während des Kampfes dann Leute austauschen kannst Weil ich meine, du hast halt nicht immer die stärksten Charaktere dabei Oder die Besten passen zur Situation Ja, um zu verletzen die Gegend Mehr oder weniger Naja, jetzt hab ich ihn trotzdem nicht erwischt Der hat trotzdem kurz vorgebringen Verdammt Anvisiert Interessiert mich nicht Oh, warte, der hat jetzt überlebt Okay, dann interessiert es mich doch Nein, ich wollte Verdammt, jetzt hab ich cool natürlich aus, was den gedrückt Egal Egal Nur, wo ist die 50? Ich habe kein Interesse in Stoke in Konto Ich wollte immer noch was nachschauen Ist es auch um vier Steine? Wo sehe ich das? Drei, fünf, vier An die Stufe fünf, Stufe vier Details Steht da oben nirgends, ne? Ich habe keine Ahnung, was sie ist Ich meine, ich habe dann bloß einen Trailer von ihr gesehen Deswegen habe ich erwartet, dass sie eigentlich wundet Drei, vier Oh, hey Hey, diese shiny things Are these Light cones? Ich dachte, nur die Inter-Astral-Peace-Corporation hatte so kleine Sachen wie das. Nein. Die Licht-Cones sind die Gelegenheit der Gelegenheit. Sie ermöglichen sich die Erinnerung an. Sie sind sehr potente Anwendungen. Ich habe gehört, dass die Korporation sehr viel für die Usage-Reise. Aber ich habe keine Ahnung, wie Herta managed zu bekommen. Sie wurden legitimiert. Das ist alles, ich kann sagen. Nehmt sie. Sie sind sehr nutzlos im Kampf. Rüste Lichtgegel aus im Pfad der Figuren entsprechend, um mächtige Lichtgegel-Fähigkeiten zu aktivieren. Nur bei Figuren... Der Zerstörung, Verwüstung, über die verursachten Schaden des Trägers durch Standenergriff und Fertigkeiten um 20%. Aber man kann auch verstärken. Das ist wie so Ecleme oder sowas. Gehaltszimmer. Was ist das da? Was ist das da? Wahrscheinlich sollte ich das nicht gesagt haben. Das könnte schlechte Glück bringen. Böses Pferdchen! Böses Pferdchen! Geht sich auf den Schatten... Herrschaft, der Mann. Ah, fuck. Siehst du uns als mächtige, aufgeladene Angriffe ein? Ja, sind wir schon dabei. Wir machen, glaube ich, mit dem nächsten Ding weiter. Verwendet Überprüfungsmodus, um Status von Figuren im Detail anzusehen. Ich brauche so einen Debuff der Figur an. Um die Gegner zu sehen. Leiderrang Trampler. Okay. Fähigkeiten. What the hell? Ende des Bogens und wirkliches Projekt. Alles klar. Sternenstauber. Ausdehnung. Ah, gebrochen, Alter. Nix da. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Naja, der kommt danach eh dran, ne? Naja, egal. Naja, hat er nicht gerade auf sie gezielt? Okay, sie hat auf jeden Fall immer so ne Fähigkeit, die wollen wir da drauf machen. Was ist das? So, wir haben den Ultimator noch rein. Kennen wir schon, wir wollen was drauf machen. Oh. Du kannst nicht nur auf uns gangen! Go! Warum muss es immer so spannend werden? Anyway, zumindest du bist zurück. Oh, ist sie die Forschungsleiterin? Ne, Himeko. Sie ist glaube ich fünf Stern. Oh, Hugh! Himeko! Was hat dir so lange dauert? Die letzte Waffe der Anti-Matter-Legion kam an uns, wie eine Flamme von Lokusten. Hast du schon versucht, Lokusten mit einem Bogen zu schießen? Ich hätte keine Unterschiede gemacht. Mein Orbital Cannon kann mit ein paar Enemies auf einmal zu tun, aber ich kann nicht einfach nur die Spacestation mit dem Spacestation mit dem Spacestation. Hurta würde nicht like das. Whew. Are you all right, Arlam? Asta's been worried about you. I'm fine. A quick patching up will do. Thanks for asking. I'll report the situation to Lead Researcher Asta immediately. Bye. Hey, nice to meet you. I'm Himeko, Navigator of the Astral Express. In other words, she's in charge of where the Express goes. March hasn't been any trouble for you along the way, has she? Think carefully about how you want to reply to that. Well, that's the joy of youth. We should take every step forward, full of energy. He's the discerning one, isn't he, Don Hung? Saft und Kraft in jedem Schritt, Alter. Was ist das für die Übersetzung? Aber er ist stark. Ich habe das Recht, silent zu bleiben. Hehehe, schau dich alle. Du hast dich bereits wirklich nahe getroffen. Komm her, Asta hat sich über alle von dir gefroren. Himeko Probe hat sich nach tief und übergehend angeschlossen. Was hatten die, Alter? Einen riesigen Pizzaschneider. In einer voll stylischen Kofferbox. Schau dir aus, wie wenn du da ein Musikinstrument drin haben würdest. Ist das jetzt der Astral Express? Alter! Okay. Ich glaube, ich würde mir da jedes Mal komisch vorkommen, so ein riesiges Ding zu sehen. Es ist immer noch ungewohnt, dass ich nicht springen kann. Was sollen wir tun? Sie sagten, es sind Monster in der Zornetzungszone. Und die GIFT ich vorbereitet für Master Kapote ist noch in der Analyse Room von der Department of Implement Arts. You know, there sind loads of monsters attacking the space station this time. Und einige sind nicht auf der station's records. Du bist so annoying. Stopp sagen das. Hey, wie old are you? Don't be a baby. Please stop crying. How about I pretend to be a monster for you, huh? Die! Wow. Rejectile radar tracking normal. Telemetry signal frequency unusually high. Maintain at normal levels. Our measurements predict that the Legion is about to unleash over ten waves of continuous attacks. Everyone, brace yourselves. Asta, we're back! I'm glad you're all back safe. Arlen just told me about the situation at the storage zone and about his injury. Thank you for all your help. In times of disaster, I realize more and more that the space station's researchers are its most valuable assets. Alas, we were ill-prepared for such emergencies. We should have built up our security and combat departments. But on the other hand, the entire crew of the Astral Express seems to be extraordinarily skilled. What is the current situation on the space station? The situation is under control for now. The damage to our security system was minor. The intruder only managed to alter a small amount of data, so it was easy to fix. The real problem lies with the researchers. They trust Madame Herta wholeheartedly and never thought that the space station would be breached by the Legion. Hmm. A broken spirit is far worse than a broken body. Let's go speak with the researchers. Right now, the space station can't afford any more unexpected turns, especially from within. Have you tried contacting Herta? I sent multiple letters, all met with silence. You know her, Himiko? The space station is but a mere warehouse for followers and rare items. She doesn't really care about it. I knew it. No matter. I'll also send a letter to Herta and tell her that we've brought the rare items she seeks. At least that might get her attention. Oh, that would be of great help. Warp. Figuren Lichtkegel erhalten. Ähm. Okay. Ah. Warp. Alias. Gacha. Figuren Lichtkegel erhalten. Führe einmal Warp durch. Jeppard, Bronja und Himiko. Nein, ich will jetzt erstmal schauen, wer die anderen sind. Na gut. What the hell, Alter? Äh. Ach, das ist das Astra Express Maskottchen. Asta. Die Harmonie. Schön. Strahlende Verankerung. Lichtkegel. Aktions Warp. Schmetterlinge auf der Schwertspitze. Seele. In der Nacht. Heißt die in der Nacht? Da sind auch andere Vier-Sterne-Charaktere dabei, oder? Äh. Ein Gespr- Warte mal. Aktionsobjekt. Für Aktionsobjekte beim Vier-Sterne-Bob-Erfolg. Gute Nacht. Schlaf schön. Gespräch nach der OP. Maulbefeist dich willkommen. Hä? Was ist das? Ist das hier genauso? Natascha? Pela? Hook? Ah, sind das Waffen? Oder sind das... Ne, das hier gibt's Objekte auf jeden Fall. Alter. Aber ich hab keine Ahnung, was Objekte sind, Alter. Was ist das da? Wer zur Hölle seid denn ihr? Einsteiger Warp. Okay, da ist dann jeder dabei, bloß sie nicht. Ich will aber sie haben. Also ist das das typisch? Ist das Stellar Warp, das Standard Warp? Ah ja, gut, das steht ja da. Lichtkegel-Aktions-Warp. Figuren-Aktions-Warp. Also das ist wieder ein Ding, wo wir komplett ignorieren werden wahrscheinlich. Weil wenn, dann geht's immer um die Fünf-Sterne-Charaktere. Er heißt Welt. Gepard. Clara. Bailu. Die ist cool. Da fand ich den Trailer echt stark. Yang Jing, Brionja. Er schaut schon cool aus, ey. Ihn mag ich nicht. Keine Ahnung, der ist komisch. Aber das sind alles Fünf-Sterne-Zwei, Vier, Sechs, Sieben-Fünf-Sterne-Charaktere. Warte mal, was steht da? 20% Rabatt bei 10 Wops und nach 50 Wops ist er jetzt so garantiert eine Fünf... Warte mal. Ich krieg garantiert einen von denen. Uh. So Starlight Jade verbrauchen, um Starlight Pass 8 zu kaufen. Hab ich sowas überhaupt? Ist das das Star Jade? Stellar Jade. Traumsplitter. Kann ich das? Ah, okay. Okay. Nicht genug Stellar Jade. 1156 Traumsplitter verbrauchen. Äh, okay. Nein. Nein, 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 nein. Nichts kaufen. Böse. Okay. Äh. Bisschen gut zu sprechen. Bisschen gut zu sprechen. If you have any other questions, you're welcome to come to Himiko and me. So fertig? Ja. Das war jetzt die erste Folge von Star Rail. Äh, oder die ersten zwei Folgen von Star Rail. Ähm. Wirkt interessant auf jeden Fall. Was ist hier? Ah, okay. Credit. Belohnungen. Sind das 20 Züge? Und wer zur Hölle ist das? Vier Sterne Saval. Ja, stark. Trailblazer und 20... Was ist Trailblazer? Profilbelohnung. Alles klar, wir ziehen vorher noch. Äh. Wo ist das? Warte mal, was ist das da? Neuigkeiten und Mitteilungen. Äh. Wo kann ich einen Warp machen? Da ist Warp. Erfolge. Was kriege ich bei Erfolge? Ah, okay. Da kriege ich dann auch. Ah, cool. Das haben die da oben auch alles gemacht, damit du es da auch gleich durch wechseln kannst. Ja gut, dann machen wir, bevor die Folge endet, noch einen Warp. Ich würde ja gerne sie haben, aber wir machen jetzt erstmal hier. Und... Go. Schauen wir mal, was rauskommt. Warte, wir brauchen ja auch bloß 8, ne? Für einen 10er Zug. Okay, es ist nur ein Vier Sterne Ding dabei. Hook. Der schaut ja knuffig aus. Zerstörtes Zuhause. Generalschlüssel. Bernstein. Generalschlüssel. Beteiligung. Schleife. Das ist für das Zuhause. Weisheit. Gemeinsamer Untergang. Alter, aber okay. Auf Style haben sie auf jeden Fall geschaut bei dem Zeug. Welle auf dem D-Rug Meer. Ist das schon wieder? Und vier. Okay, Aster haben wir nochmal bekommen. Und der erste Tag meines neuen Lebens. Okay. Okay. Jetzt haben wir noch vier. Zum Shop. Was ist denn da dann? Ah, da Aster und Arlan ist auch eine Figur. Okay, cool. Im Tausch. Alter. Das Schlimme ist, du musst dich jetzt erstmal wieder reinfinden. Ah, da kann man diese Dinger kaufen. 160 kostet wieder einer. Ja, wie immer. Es gibt doch wieder ein Express-Versorgungspaket. Das ist... Nein, 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 nein. Zurück zum Spiel. Kostet Angebot. Kostet das mal nur 90. Oh, warte mal. Brauche ich jetzt den Sonder oder den normalen? Shit. Den grauen, ne? Star Rail Pass. Zum Shop. Ah, okay, das 16. Ah, das sind diese speziellen, ja. Die bekommt man mit den Charakteren. Drei. Okay. Warten wir erstmal noch. Warten wir erstmal noch. Okay. Ich bedanke mich an der Stelle jetzt auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Das waren jetzt die ersten zwei Folgen Star Rail. Was wollt ihr denn jetzt von mir? Aktiviert werden kann. Aktivieren und alle werden die Fähigkeiten der Figuren verbessert. Ah, das ist das Sternensystem. Das ist wie das Sternending vor... Aktiviert das Eidolon. Fügt beim Einsatz der Fähigkeit einem zufälligen Gegner einmal zusätzlich Schaden zu. Ah ja, das war das von der Aster, ne? Da ist der Kleine und da ist die Aster. Okay. Jetzt aber endgültig. Danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal bei Star Rail. Servus. Ja. Und jetzt Tenmin. Sind hat sich die Aster ist ein Einzelunmusik boy purseher Silent Uw reper improchtensiviert.